ja leute die release woche ist rum und ihr kennt mich ich habe mich relativ weit mit händen auseinandergesetzt um das hier zu bekommen ein promo pack ich möchte unbedingt wissen was in diesen promo packs hier drin ist von kaltheim so wir haben als allererstes eine andere pack oder wir haben hier ein token das ist einfach noch nicht mehr steht einfach nur im tigrena drauf und auf der rückseite ist ein code für einen booster dann haben wir ein nix blüten urwesen okay aus teros beyond death ein jahr alt sieben mana 5500 trampel schaden und wenn ihr mana erzeugt erzeugt das dreifache des manas richtig nice frostiger bis oh mein gott richtig hübsch richtig hübsch für ein rotes mana fügt ihr einem planeswalker oder einer kreatur als zwei schadenspunkte zu wenn ihr drei oder mehr verschneite karten permanente karten kontrolliert fügt ihr drei schaden zu leider nicht das gegner gesicht aber das ist ganz cool das gefällt mir ganz gut ist halt eine gute karte die hat das pack fast schon bezahlt der naja mal gucken und unsere letzte karte ist oh mein gott doomska habe ich ja letztes war auch schon bezogen hammer karte fünf mana man zerstört alle kreaturen mit vorher bestimmen das heißt man kann die für zwei mana weglegen verdeckt legen irgendwo beiseite und für drei mana kann sie danach einzug später oder drei züge später einfach casten spart ein geld kann man einfach turn zwei bot removen ich bin von der karte ziemlich begeistert und auch ziemlich überzeugt und ja ich mache einmal den hier für euch wer auch immer haben möchte kann sich drüber gönnen weil es ist doch ein bisschen ein bisschen längerer code das gefühl diesmal haben sie ein bisschen übertrieben naja passiert wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin neuer blöckseht tschau tschau